Ha-Ha-Ha-Ha Sie möchte gerne reden und ewig diskutieren Er will lieber seinen Computer aktivieren Sie isst gerne Kuchen und Tritt zu Kaffee Für ihn sind ihre Tratschereien eher Kabarett Sie ist gern ganz nah und immer nur bei ihm Er bleibt lieber unabhängig, höchstens mal intim Sie liebt ein heißes Schaubart, gemütlich und zu zweit Er nimmt nur die kalte Dusche und das ganz allein Doch jeder, der das kennt, der weiß ganz genau Da schließt man Kompromisse gnadenlos, Mann und Frau Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars Sie sind so verschieden, deshalb haben sie urviel Spaß Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars Sie sind so verschieden, deshalb haben sie urviel Spaß Sie liebt Kerzenlicht und trinkt ein Gläschen Wein Doch er schaltet dazu gleich den Fernseher ein Sie liegen auf der Couch und hört dazu Musik Er liest lieber Zeitung, Sport und Politik Sie schreibt im SMS und dazu nen Liebesbrief In diesem Buch ist er leider nicht sehr aktiv Da hat sie Liebeskummer und Feind in der Nacht Inzwischen hat er über Stunden im Büro gemacht Doch jeder, der das kennt, der weiß ganz genau Da schließt man Kompromisse gnadenlos, Mann und Frau Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars Doch gibt es da ein Sprichwort? Gegensätze ziehen sich ab Wir möchten gerne wissen, wer daran noch zweifeln kann Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars Sie sind so verschieden, deshalb haben sie urviel Spaß Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars Sie sind so verschieden, deshalb haben sie urviel Haben sie urviel, haben sie urviel Spaß